Und heute Nacht ist meine Schwester, war jetzt alles zu viel bei uns zu Hause, zu viele Leute, zu eng, kein Platz. Und ich ist heute Nacht ins Auto gegangen zum Schlafen und da gehen wir sie jetzt mal wecken. Ich nehme euch mit und weg meine Schwester im Auto. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob sie im Auto liegt. Da liegt meine Schwester drin, kann man das erkennen? Okay, wir klopfen jetzt mal. Hallo, guten Morgen. Also es bewegt sich etwas, ich hoffe ihr könnt das erkennen. Hallo. Also das ist meine Schwester, darf ich vorstellen, die hat sich heute Nacht... Die hat sich heute Nacht verdrückt aus der Wohnung, weil es alles... Toller Freund, der mir die Ohren voll geschnascht hat. Moin! Moin! Hallo! Konntet ihr auch nicht schlafen? Also es wird gerade von unserem Haus aus gefilmt. Da oben sind meine Kinder und die begrüßen gerade meine Schwester zum guten Morgen. Morgens Bett aufschütteln oder wie ist das hier? So ist das, genau. Das hier, Camping ist das hier. Camping auf dem Parkplatz. Also wir gehen jetzt zum Frühstück, wir haben nämlich das Frühstück fertig. Oh schön, dass du mich zum Frühstück legst. Juhu!